Hallo, ich schaue ein Apartment. Wir wollen das Leben cool zusammen sein. Wir wollen gute Vibes zwischen Menschen. Jetzt habe ich einige Fragen. Was erwartet ihr in etwa fünf Jahren? Das ist eine verrückte Frage. Du kannst fragen. Damals haben wir uns alle in Barcelona kennengelernt. Das ist eine sehr normale Frage. Und das bin ich heute. Bei den meisten geht es immer noch drunter und drüber. Ich werde heiratet. Nein. Bonjour, Paris! William, manche Menschen ändern sich nie. Willst du dich mit mir machen? Ich will immer wieder auf der Seite fragen. Martin, wenn sie bei euch mal richtig verliebt. Hast du keine Geld aus? Ja. Und du? Du bist jemand? Ich bin jemand. Ich bin jemand? Isabelle, der ideale Kumpel. Wendy, sie ist toll. Sie weiß, was Liebe bedeutet. Es gibt 4 Billion Frauen auf diesem Planeten. Es ist großartig, dass du nur mit einer sein kannst. Jetzt gibt es das große Wiedersehen in Paris. In London. Und in St. Petersburg. Das wird eine unvergessliche Party. Ich liebe, was nicht perfekt ist. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Le Verge Espanol. Wiedersehen in St. Petersburg. Es ist eine lustige Geschichte. Wir sind eigentlich beide Experten. vanliga und ein und Здortie. رفal. Wenn wir schon wieder auf Besucher! y Bibel. Musik Das war